Ja, und damit hallo und willkommen zurück bei Genshin Impact. Heute ist der Plan, die Storyquest der guten Ganyu durchzuspielen und, wenn ich hoffentlich noch die Zeit dazu habe, auch die Storyquest von Jean danach direkt anzeigen. Und ja, da Ganyu im Moment so mein Lieblingschar ist, bin ich ja besonders gespannt, was denn so in ihrer Storyquest drin kommt. Und da laufen wir mal da direkt hin, denn irgendwo da oben sollen, glaube ich, drei Sekretärinnen auf, ja gut, nicht unbedingt auf uns warten, aber generell warten. Ich hatte nämlich die Quest aus Versehen schon zwischendurch getriggert, hab sie dann aber noch abbrechen können. Gott sei Dank, wenn man das Spiel direkt beendet, dann resettet sich das sozusagen wieder. Oh, die muss ich einmal kurz vorher einsammeln. Weil das sind Blümchen für Hu Tao und Xingqiu zum Hochleveln. Und die kriegt man irgendwie nur von hier und von Wangshu in und deswegen muss ich da jetzt einmal kurz mir die Zeit nehmen. Geht ganz schnell, geht gleich weiter. So, da haben wir noch eine. So. Dann füllen wir jetzt mal dazu den lehrten drei Damen. Und schauen, was die so zu sagen haben. Da oben stehen sie. Auch nicht schlecht, die Quest hat sich, glaube ich, hier schon getriggert. Die habe ich noch gar nicht gesehen aus der Entfernung, aber da hat es schon angefangen. So. Ah, 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 ah. Oh, hier ist mir über den Weg gelaufen. Ich lese hier immer Ju-Yoon Knast anstatt Cast. Äh, warum ist sie denn da hingegangen? Ah, 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 ah. Den Urlaub hätte sie sich bestimmt verdient, aber ich glaube, da ist sie nicht so für. Sag ich doch. So ein richtiger Workaholic. So ein richtiger Workaholic. Ja, das stimmt. Aber sie sind auch ein halbes Jahrzehnt, also sie sind nicht frei, nicht wahr? Was haben Sie denn so gefühlt? Das muss schon viel heißen, wenn Ganyu die ganze Arbeit alleine mehr oder weniger problemlos schafft, die die drei jetzt nicht mal zu dritt schaffen. Solltet ihr euch dann nicht wieder um ihre Arbeit kümmern? Ja, finde ich lustre Zeit dafür. Ja, ab und zu. Natürlich. Ich habe schon versucht, dass ich mal wieder so viele mal gesagt habe. Das war gut. Ich habe mich auf meine Stelle vergräuert gesehen und Kahn gesehen haben. Ich habe mich noch mal gesehen und bin ehrlich gesagt, dass ich etwas vom Herrn aufmögen war. Wolkenmeer und Dimensionmeer Wir sind auch mal auf dem Weg und suchen nach der guten Ganyu Ich glaube von da komme ich am besten ran Mal gucken was sie so treibt und was sie so auffällt Das ist wahrscheinlich einfach nur irgendein... Oh, ja. Das fiel mir früh ein. Das ist... Okay. Das ist jetzt schon mal ein sehr gutes Zeichen, wenn ich... als Ganyu hier Rollen brauche und das Erste, was ich mache, ist sie ertrinken. Ups. Was wollte ich gerade sagen? Er hat sich bestimmt noch irgendwo eingepennt oder so. Vor Arbeitserschöpfung. Eingenickt. Ah ne, da steht es ja schon. Ich dachte, ich muss sie jetzt erst mal eine halbe Ewigkeit suchen. Hey! Da ist der Kahn-U, nicht wahr? Ich habe es endlich gesehen. Doppelte Ganyu. Die ist auch schon knuffig. Du hast die Welt der Menschen verlassen. Doppelte Ganyu. 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 Äh, nee, trösten will ich dich nicht. Ich will dir nur die Augen öffnen. Wobei, vielleicht wäre es für sie gar nicht mal so schlecht, dann müsste sie nicht nonstop arbeiten und sich kaputt arbeiten. Ah, Ryun-Shaku-Fu-Shin-kun? Entschuldigung, wir sind hier! Haha, das ist nur ein Schade. Wir haben schon wissen, dass du hier in diesem Land gekommen bist. Oh, das ist 1000 Leute! Kannst du dich erzählen, oder? Du hast es sehr lustig gemacht. Aber die gute alte Zeit. So lange ist es jetzt auch nicht her. Oh. Oh, Ryo-Sin-kun! Du bist so schrecklich. Du bist so lustig. Ich bin neugierig. Ich will das! Oh. Das ist so schön. Ich bin, dass ich mich auf dem Baum kam, in der Welt zurückgekehrt habe. Ich bin, dass ich mich berühlt habe. Ich bin, einen Menschen zu besuchen. Sie können das erste Erste zu sehen. Ich bin, dass ich mich über die Stimme des Hochschildschen habe. Es passt irgendwie aber auch alles zu ihr. Ich glaube, sie ist sauer. Ich glaube, fast Ganyu sauer zu kriegen ist recht schwer. Ich glaube, sie war einfach nur peinlich berührt. Hm, das war wohl ein Fettnäpfchen. Ich dachte, ich wollte mich nicht so fühlen, aber... Oh. Ich habe auch noch mehr fühlen. Ja, genau. Ich denke, ich bin glücklich, dass ich mich für die Ganyu zu finden. Ich denke, ich bin glücklich, dass ich mich für die Ganyu zu finden habe. Ich denke, ich denke, dass ich mich für die Ganyu zu ndemelig bin. Ich denke, wir müssen die Ganyu zu finden. Ich denke, ich lasse mich für die Ganyu zu finden. Ich denke, du denkst, dass ich mich für die Ganyu zu finden werde. Aber gerne doch. seen人の中 キリンは神獣だ 観� unpreみ 花花を食す だが絶運の間の 千山と千峡は あの子の人間の部分にとっては 寂しすぎるのかもしれぬ 昨夜 カウンが月光に照らされた 崖で一人 山々を眺めていたのを見た 限りのない 雲海は Das war, dass sie das Mädchen verletzten. Das Mädchen war孤独. Das war so, dass sie sich zurückkehren. Aber das war, dass sie so gesagt haben, dass sie so gesagt haben. D. E. E. K.O. ist, dass sie sich selbst zu sehen. Sie sehen, dass sie sich selbst zu sehen. Sie sehen, dass sie sich selbst zu sehen. Aber ich fühle mich an, dass ich mich nicht mehr so fühle. Aber ich fühle mich an, dass ich mich nicht mehr so fühle. Ich bin mir sicher, dass alle den Liu Eganu lieben. Also, ich fühle mich an, dass ich in der Zeit auch keine Angst habe. Oh Gottchen, ich kann sie aber ein bisschen verstehen. Aber trotzdem... Ich glaube... Ich bin mir eigentlich sicher, dass alle den Liu Eganu lieben. Also von daher... Nur sie fühlt sich halt irgendwie anders und nicht dazugehörend. Ach Mensch... Ja... Schnelli der Heer... Geh zum Ort von Ganyos Prüfung und sprich mit ihr. Mal gucken, ob wir sie wieder überzeugen können, zurückzukommen. Ich hoffe es ja. Aber bestimmt, Paimon ist ja so... ...sofort geschlagen. Hallo. Schade, dass hier die ein... Warte mal. Kann ich vielleicht... Ich muss mir mal kurz die Zeit nehmen. Das muss jetzt sein. Die paar Sekunden haben wir. So. Mal ein bisschen... Wenn ich in der Koffe... So. ... dann wird die Einrichtung von der Koffe geflogen werden. Zeigen wir aber kurz den Foto-Modus hier, ne? So. Zack. Speichern. Doppelte Ganyos sieht man nicht alle Tage. Kao! Ich bin ja hier ja auch. Warum? Warum hier? Ähm... Es gibt nicht so viele Menschen, die in 1,000-Jährigen fliehen. Aber... Oh, du hast mich für zwei. Ich kann etwas, wenn du in der Karte von der Karte erfüllen kannst. Ich bin einig! Ich habe mich für die Karte, dass ich mich für die Karte von Ruhun-Sin-Kun-Kun-Kun-Kun-Kun habe. Ich habe etwas, dass du den Karte mit dem Kartei-Kun-Kun-Kun-Kun-Kun-Kun-Kun. Ich habe mich für die Kartei-Kun-Kun-Kun-Kun-Kun-Kun-Kun-Kun. Ja, ich darf jetzt mitmachen. Ich dachte, ich soll nur zugucken. Dann legen wir mal los. Oh, dann läuft schon ein Timer, das ist super. Ha! Ähm. Oh, wieder ein bisschen kurz geraten, ja. So, Nummer 3, wo haben wir denn die Nächste? Da hinten, den kriegen wir auch von hier. Ah, nicht ganz. Ha, so, dann haben wir da einen, da einen. Ach, der bewegt sich auch noch, aber ich fließe. Noch ein Stück. Ah, ich glaube, ich sollte hinfliegen. Macht mehr Sinn. War zumindest ein bisschen näher ran. Hat er getroffen? Ja. Na, so. So, da oben und da hinten. Jetzt noch ein bisschen. So, da oben. Da oben. So, da oben. Ah, knapp. So, vier Stück noch. Bei 1,20 Euro kriege ich doch hin. Wage ich jetzt mal optimistisch zu behaupten. Ach ja, wenn alle drei aufeinander stehen, dann kriege ich es auf jeden Fall hin.